Schenke der Schatten! Aber wir haben dafür sehr, sehr gut aussehende Personen an Bord. Hat so lange gedauert, ihr habt euch noch schön gemacht, ne? Ja, sicher! Herzlich willkommen! Ich guck erstmal, wer mitfährt. Sollte wieder erwarten, jemand rausfallen. Ich schaffe ein fotografisches Gedächtnis. Ah, ja, ja. Letztes Jahr haben wir einen verloren. Den suchen wir heute noch. Die Tüche Popcorn und das Portemonnaie haben mich jetzt ein Jahr aufbewahrt. Okay, am Popcorn war ich dreimal dran. Jetzt geht's aus! Achtung, hör euch! Fliege nicht zu rot, mein kleiner Freund. Die sind auf meine Kuh, aber nein. Jetzt geht's aus! Mit mir über seinen Kuh, ich bin auch um die Kuh begeistert. Jetzt wird die Kuh gerinnen. Ich kann dachte, wir sind hier so kommen, die Kuh sei es zu Recht. Das ist Contact Kuhl schöner! Deswegen, hier ist es in der Mitte der Kuh stェl schätzt in der summer� Spannende Musik Ja, hat's gekribbelt in der Magen-Gegend? Das, meine Lieben, war das blitzelkleide Kribbeln in der Magen-Gegend. Aber ihr habt was anderes bestellt. Ihr wolltet den Magen durchbauen und den machen wir jetzt. Ja, da stand ja unten nicht dran, Hello Kitty Kutsche oder Benutzung nur für Wendy-Leser. Nein, das Leben ist kein rosa-roten Pony. Jo, ihr wolltet hier meet and now we've got the salad. Jetzt geht's los, zu spät. It's too late to apologize. Warum hast du nicht Nein gesagt? Jetzt ist zu spät. Jetzt gehen wir Gummimmi. Jetzt machen wir euch Tampo und Tampo. Der links ist ganz verdammt, die Chirotrop-Torret. Ja, wirpressen hier. Jetzt geht's mit der chirotischen Stadt. Die Chirotrop-Torret ist sehr schön. Ja, ich bin hier wirklich. Und hier sind die Chirotrop-Torret. Soarthiert, das ist gut. Die Chirotrop-Torret. Soarthiert, das ist wichtig. Wissen, die Chirotrop-Torret. Die Gingimmi. Soarthiert. Die Gingimmi. Soarthiert. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020